Wir sind ein großer Arbeitgeber, wir sind ein Unternehmen, das innovativ tätig ist, als einer der größten Patentanmelder Österreichs. Von dem her benötigen wir natürlich auch hochqualifizierte Leute, möchten diese Leute frühzeitig kontaktieren, möchten diesen jungen Studenten auch schon während ihrer Ausbildung die Möglichkeit bieten uns kennenzulernen, aber auch zu erfahren, dass wir Praktikumstellen anbieten, dass wir sie auch während des Studiums schon begleiten möchten und da den Kontakt suchen und natürlich dann nach dem Studium auch entsprechende Berufseinstiegsmöglichkeiten bieten. Für entsprechend gut qualifizierte Leute gibt es bei uns immer etwas zu tun. Ziel ist sowohl junge Leute kennenzulernen, die Marke Blum auch in Osterösterreich ein bisschen bekannter zu machen. Ich denke, in Fadelberg haben wir als Arbeitgeber einen guten Namen. Wenn ich jetzt da die Studenten so betrachte und die Besucher, kennen ganz viele unser Unternehmen nicht. Das heißt, wir möchten da auch diese Marke ein bisschen bekannter machen. Wir möchten junge Leute kennenlernen, sowohl Leute, die während dem Studium sich interessieren für ein Praktikum, als auch Leute, die schon Richtung Studiumende gehen und die also dann an den Berufseinstieg denken. Das zentrale Angebot ist, dass wir eine interessante Aufgabe bieten. Als Unternehmen, das sich in der Produktion von Beschlagssystemen spezialisiert hat, bieten wir Aufgaben, die von der Produktentwicklung über die Entwicklung von fertigungstechnischen Anwendungen bis hin zu Bereichen der Dienstleistung im Kontext zu Kunden hin bewegen. Und das heißt, Aufgaben für unterschiedlichste Studienrichtungen, für Mechatroniker, für Elektrotechniker, für Maschinenbauer, für Wirtschaftsingenieure, für Informatiker, Wirtschaftsinformatiker. Also die Bandbreite ist eine extrem große. Das, was wir bieten, ist in zentraler Aussage mal die Aufgabe. Das, was wir darüber hinaus bieten, ist, wenn sich jemand aus Osterösterreich dafür interessiert, nach Fadelberg zu kommen, dass wir dort auch gerne unterstützen, um einen solchen Wechsel gut vonstatten gehen zu lassen, mit Suche von neuen Wohnmöglichkeiten. Aber das ist dann etwas, was wir auch konkret im Zuge des Einstellungsprozesses besprechen müssten. Die Studierenden, die da sind, zeigen sich großteils sehr interessiert. Es waren einige sehr interessante Gespräche für uns dabei und insofern denke ich, ist es ein erfolgreicher Tag gewesen. WGBH im Zuge des Einstellungsmetrisches